Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Waage, dein Tag ist gefüllt mit unerwarteten finanziellen Gewinnen, persönlichen Überzeugungen, Kommunikationsstrategien, romantischen Ausdrücken und dem Navigieren durch astrologische Einflüsse. Die lang erwartete Ankunft von Geld bringt eine Welle der Erleichterung und Freude mit sich. Dieser finanzielle Segen, auf den du schon lange gewartet hast, tritt endlich ein und bietet dir einen Grund zum Feiern. Die Herausforderung besteht nun darin, mit diesem Geldsegen klug umzugehen. Widerstehe der Versuchung, alles auf einmal zu verprassen. Eine durchdachte Finanzplanung und vernünftige Ausgaben werden dafür sorgen, dass dir dieses Geld auf lange Sicht gut tut. Auf persönlicher Ebene erlebst du einen stärkeren Sinn für Wahrheit und Überzeugung. Es ist wichtig, dass du fest zu deinen Überzeugungen stehst. Einfühlungsvermögen und Mitgefühl sind zwar wichtig, aber manchmal ist auch ein durchsetzungsfähigeres Vorgehen nötig, um etwas zu bewirken. Wenn du der Welt deine Wahrheiten mitteilst, kannst du andere inspirieren und für deine Sache gewinnen. Wenn du dich um dich selbst kümmerst, solltest du dir ein wohltöndes Fußbad mit Lavendel gönnen, um deinen Geist und Körper zu verjungen. Effektive Problemlösungen hängen heute von einer offenen Kommunikation ab. Die Gedanken und Sorgen, die in deinem Kopf herumschwirren, brauchen ein Ventil. Sie mit anderen zu besprechen, kann dir Klarheit verschaffen und dich von der mentalen Last befreien, die du mit dir herumträgst. Denke daran, dass es sowohl befreiend als auch lösungsorientiert sein kann, sich zu äußern. Im Bereich der Liebe kann es eine Herausforderung sein, deine Gefühle und Gedanken zu formulieren. Deine Worte mögen heute noch schlüssig erscheinen, aber ihre Relevanz und Klarheit könnten morgen in Frage gestellt werden. Anstatt dich nur auf verbale Äußerungen zu verlassen, solltest du kreative und romantische Aktivitäten in Betracht ziehen. Solche gemeinsamen Erlebnisse können eure Bindung stärken und eure Beziehung auf sinnvolle Weise bereichern. Die aktuelle Himmelsausrichtung deutet auf eine Zeit des vorsichtigen Optimismus hin. Dies ist eine Zeit für wohlüberlegte Entscheidungen, in der Geduld und Umsicht gefragt sind. Überstürzte Entscheidungen könnten zu unerwünschten Ergebnissen führen, daher solltest du sowohl in deinem Privat- als auch in deinem Berufsleben mit Bedacht vorgehen. Wenn du diese Zeit der sorgfältigen Überlegungen mit Weisheit und Weitsicht nutzt, kann das zu bedeutenden Erfolgen und Wachstum führen. Astrologisch gesehen kann die Spannung zwischen Merkur in Schütze und Pluto in Steinbock zu unverblümten und direkten Gesprächen führen, die möglicherweise zu Konflikten führen. Achte darauf, wie du auf ungefragte Kommentare oder Annahmen reagierst. Vermeide eskalierende Streitsituationen und halte dich von giftigen oder streitlustigen Interaktionen fern. Wenn du die Ruhe bewahrst und deine Kämpfe weiser auswählst, kannst du diese astrologischen Herausforderungen gut meistern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Harmonie und Wahlmöglichkeiten in Beziehungen. Sie steht oft für eine tiefe Verbindung, nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch bei persönlichen Entscheidungen und Partnerschaften. Die Liebenden deuten für heute darauf hin, dass du vor einer wichtigen Entscheidung oder einer Wahl in Bezug auf Liebe und Beziehungen stehst. Er erinnert dich daran, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und bei deinen Entscheidungen Harmonie und emotionale Verbundenheit in den Vordergrund zu stellen. Die umgekehrte Drei der Stäbe kann auf eine Verzögerung deiner Pläne oder ein Gefühl der Stagnation in deinen Bestrebungen hinweisen. Sie kann darauf hindeuten, dass etwas, das du erwartet hast, nicht so eingetreten ist, wie du es erwartet hast, oder dass du auf deinem Weg auf Hindernisse stößt. Für den heutigen Tag rät dir diese Karte, deine Ziele und Pläne neu zu bewerten und dich mit Rückschlägen abzufinden. Die Königin der Kelche verkörpert emotionale Intuition, Einfühlungsvermögen und nährende Energie. Sie ist tief mit ihren Gefühlen verbunden und ist oft eine Quelle der Unterstützung und des Verständnisses für andere. Heute ermutigt dich die Königin der Kelche dazu, deine emotionale Intelligenz zu nutzen und in deinen Interaktionen Freundlichkeit, Mitgefühl und Empathie zu zeigen. Es ist ein Tag, an dem du deiner Intuition vertrauen und offen für die Gefühle und Bedürfnisse deiner Mitmenschen sein solltest. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Entscheidungen, der Gefühle und der Geduld hin. Die Liebenden betonen, wie wichtig es ist, in Beziehungen oder Partnerschaften Entscheidungen zu treffen. Die umgekehrte Drei der Stäbe deutet auf eine mögliche Verzögerung oder Neubewertung deiner Pläne hin. Die Königin der Kelche unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Entscheidungen mit emotionaler Intelligenz und Einfühlungsvermögen anzugehen. Nimm dir heute Zeit, um über die Entscheidungen nachzudenken, die du in deinen Beziehungen oder Partnerschaften treffen musst. Sei geduldig und offen für die Möglichkeit von Verzögerungen oder Neubewertungen. Lege bei deinen Entscheidungen den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis, sowohl in deinen persönlichen Beziehungen als auch bei der Anpassung deiner Pläne. Einfühlungsvermögen und Verständnis in den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis in den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit.